Hey Bros, ich bin Jack Daniel, willkommen zurück zu GDR 5, äh, beziehungsweise online, ist ja auch egal. Ich bin ein bisschen The Crush Box, mit dabei sind üblichen Verdächtigen, sagt Hallo, ihr Pescher. Hallo, hallo, ihr Pescher. Ihr Pescher. Bin gespannt, wir machen jetzt Nutzfahrzeuge. Mal schauen, ob es uns damit überhaupt schafft. Waren nicht Nutzfahrzeuge LKW, nee, LKW-Fahrzeuge. Ja, so Müllwägen und so, ja, sowas in der Dichtung. Oder auch ein AirTag-Cabbies-Traktor. Ja, das ist was für dich, Michael, du bist ja so ein Bauer. Komm, wir nehmen alle den Traktor. Ja, komm, mach mal alle den Traktor. Jeder einen Traktor, ich nehme meine pink. Nein, nein, weiß. Jetzt sind wir alle Pärlern, sind wir, jetzt sind wir alle Pärlischen Pärlern mit dem Traktor. Oh, der Pärlisch-Pärl. Das ist supergeil. Supergeil. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt ins Ziel kommen damit. Ich wette, die Runde ist ganz ausgelegt für das Ding. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß auch nicht. Ich habe das noch nie gemacht. Ist das Vernutzverzeugt ausgeliehen? Och, du Scheiße. Der sieht nicht so aus. Doch, doch. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Anlauf nehmen, oder? Das geht schon. Ja, wohl, geht schon. Nur sind hier, seht ihr das? Da sind halt irgendwelche... Ach, Scheiße. Warum bist du so weit vorne, ey? Ja, warum bist du so schnell, ey? Warum bist du so schnell? Okay, also... Oh, schneit ja sogar. Das ist das Glücksspiel, Daniel. Glücksspiel! Glücksspiel! Und? Jetzt auch! Fuck! Hör auf zu fahren, du Spasti! Geschafft, geschafft, geschafft! Wartet auf mich! Pink Army incoming! Wartet auf mich! Ihr könnt mich nie wieder! Ihr beholt mich nicht! Ich bin zu lahm! Und... Oh! Fuck! Fuck! Und au! Shit! Ich habe es bald! Fuck! Gleich habe ich es! Ich schaffe es! Was ist denn? Ist er bei vorne? Ich bin es! Oh! 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 Geschafft! Geil! Scheiße, vorne meine Räder sind voll schief! Und dein Kopf ist auch schief! Ja, meine auch! Ich habe vorne hier geputzt! Äh, Leute! Hier geht es... Hier geht es nicht weiter! Ne, man muss nach... Nach da! Und dann musst du wieder rückwärts fahren! Oh! What the fuck! Ja, ja! Man muss da hin und dann musst du wieder rückwärts runterfahren! Hör auf! Das ist so Checkpoint-mäßig, weißt du? Hier und dann musst du wieder nach hinten! Ja, und dann wieder komplett zurück! Ja, ja! Ist immer witzig, irgendwie! Jetzt... Jetzt in die andere Richtung schneller! Oder gehen wir nicht auf meinen Arsch! Mein Traktor hat vorne voll den Sturz! Und ist vorne voll spitze! Dominik! Ich komme! Au! Wieso trifft mich das immer? Fuck! Mich trifft das immer! Fuck! Ich schaff das! Au! Hallo Daniel! Mein Coach-Flügel! Du Scheil! Ich habe voll den Sturz vorne! Michael! Michael, hast du eigentlich auch eine Traktor-Prüfung? Hallo! Ich habe auch eine! Oh oh! Oh oh! No risk! Oh oh! Oh oh! Oh! Scheiße! Au! Au! Das habe ich angestupst ein bisschen! Was habe ich angestupst? Janik, spielst du gar nicht mehr? Fuck! Er kommt! Ah! Warte! Der ist jetzt schneller! Der ist jetzt schneller! Nein! Und! Yes! Ich bin durch! Boah! Äh! Guck mal meinen Traktor an! Schön! Der hat das vorne voll den Sturz und hinten voll den Sturz! Nice! So! Und jetzt wieder nach hinten! Ciao! Du bist zu weit gefahren, Dominik! Bin ich erst da! Ich habe es gemerkt! Verpasch dich! Verpasch dich! Hör auf jetzt! Hör auf! Hör auf! Hör auf mich zu schieben! Na! Geh weg! Achtung! Da kommt ein anderer behindert mit dem Traktor! Okay! Komm! Ich glaube wir hängen ineinander! Wir sind ineinander! Wir haben uns verkeilt! Scheiße! Alter! Nein! Oh! 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 Scheiße! Ich brenne! Oh! Ich bin raus! Ich bin raus! Scheiße! Ich brenne! Shit! Der ist ja, wer mir scheiße ist! Oh fuck! Egal! Jetzt habe ich einen neuen Taktor! Ich bin ja wieder weespawn! Ich habe es rausgehauen! Wie? Aus dem Spiel? Nee! Aus der Box! Das geht? Ja! Anscheinend schon! Nee! Ich fahre weiter! Lüge mich nicht! Oh! Ich kann nicht weiterfahren! Yes! Ich bin durch! Mach doch nichts! Er läuft noch! Ich bin durch! Da muss man einfach nur gut abpassen! Aha! Yes! Ich bin auch wieder durch! Jawoll! Ich habe gerade einen Run! Ich habe gerade einen Run! Ich hoffe es! Ich hoffe es! Ich... Boah! Scheiße! Ich habe hinten einen Sturz! Egal! Was? Ich habe vorne einen Sturz! Hinten einen Sturz! Mein Dach ist voll einig quittisch! Vorne bin ich spitz wie im Bleistift! Egal! Ich bin Sturz! Ich bin gezogen! Du bist immer Spitz! Michael! Michael ist immer Spitz! Hallo! Danke Dominik! Einmal wenden! So! Du Schweine! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Weg da! Janik! Hau ab! Scheiße! Ah! Verpiss dich! Wow! Wow! Wisst ihr was? Ja! Wir machen das im nächsten Grund als LKWs! Dann haben wir hier generell wenig Platz! Oh ja! Oh Gott! Das wird sicher voll geil! Oh ja! Mit LKWs! Komm schon! Ich schaffe es! Ich schaffe es! Yes! Bin durch! Nein! Haha! Verreckt Michael! Aber diese Map hat auch sehr viel Abwechslung, gell? Mega! Also ich spalte... Nein! Oh ja! Wie hat's denn da hinten zerlegt? Meine Fresse! Hör auf! Yes! Noch ne Runde! Oha! Wie siehns vertreten. Wieder hin und zurück! Nö! Oh sie auf... Müsst meldet machen! Einmal noch! Nein! Oho! What the fuck, Alter! Was ist mit euch los? Was macht ihr da?! Was macht ihr euch... Alter. Brenner! Also ich weiß nicht, was ihr auch habt. Ich komm hier überall locker durch. Brenner! Ich hab gar keine Probleme. Ich kann mich nicht bewegen, scheiße. Fuck, ich fand die falsche Richtung. Ja. Nnnnnnnnn. Au. Was? Hab es in mir gespawnt. Nice. Au. Er hat mich ein bisschen mitgenommen, aber das geht. Das geht noch. Komm! Komm. Kach, geschafft. Was ist eigentlich so simpel, aber irgendwie geil? Ich werde jetzt sehr, sehr assig sein zum Daniel. Warum? Lässt du mich nicht durch, oder? Du wirst nicht gewinnen. Werd ich. Das lasse ich nicht zu. Dominik, helfst du mir dabei? Ja, ich helf dir. Mach dir einen auf Gandalf, oder was? Ich helf doch, Dominik. Lauf. Nein, wir müssen hintereinander keilen. Komm, komm. Wir drei gegen mich. Das geht irgendwie, warte. You should not pass. Das machen wir. Okay. Die drei Gandalf. Wartet, Battlefield DLZ. Okay, ihr drei sind Gandalf und ich bin Gollum. Okay, hier, Leute. Hier. Mein Schatz. Warte, warte, warte. Komm. Ich schaff das. Was wollt ihr denn? Und da soll ich nicht durchkommen, oder was? Dominik, jetzt kommen wir! Ja, sorry. Nein! Nein! Also ich glaub, euer Plan wird nicht funktionieren. Leute, ich komme! Er kommt, er kommt, er kommt. Ich komme! Hilfe! Ich geh, ich geh. Ich komme. Ich bin schon durch. Ihr habt Pech. Hier kommt keiner durch. Lass mich durch! Haha, jetzt. Ey, lass mich durch, ihr Pisser! Lass mich durch! Lass mich durch! Ich bin durch! Nein! Lass mich durch! Au! Jawohl! Jawohl, jetzt komme ich durch! Warte, ich lass mich anstupsen davon. Wartet mal, jetzt, jetzt habe ich's gleich. Wartet, schau mal! Oh, fuck! Scheiße! Und wieder zurück! Ey, ihr seid schon Assis! Oh, oh! Oh, Dominik, du brennst! Ne, ich explodier aber nicht, da passiert nichts. Alles gut! Also, jetzt. Jetzt mit Fußspeed. Ich hab nur ein bisschen Sturz. Ich lass mich da jetzt drüber... Yes, jetzt ist frei! Da ist jetzt ne Lücke! Ich komme da durch! Nein! 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 Yes! Ich bin durch, ihr Noobs! Verpiss dich, Dominik! Yes! Ihr könnt mich nicht aufhalten! Dann bell ich halt weiter! Leckt mich am Arsch! Tschüss! Mittelfinger für euch! Au! Nein! Ah, fuck! Feichert, Feichert, Feichert rückwärts! Was willst du jetzt wieder von mir? Da vorne ist das Ziel! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Oh, oh! Hau ab! Nein, nein, nein! Fuck! Warum dammst du so? Jesse, komm durch! Alter, ich bin wohl einmal richtig zerquetscht! Hier, Dominik! Bzw. Janik, hier! Mittelfinger! Ja! Pisst dich, ey! Oder so, danke! Weißt du, wenn man selber nicht spielen kann, muss man andere sabotieren, ne? Ja, echt so! Martin, es geht nicht mehr lange, dann ist er da! Ach du, der ist immer noch nicht im Ziel! Nein, der lässt mich nicht durch, die Sau! Hör auf, jetzt! Wow! Janik! Ich hab das eh nicht, Daniel. Kleine Ecke! Hör auf, ich will ins Ziel! Wir kommen! Jetzt! Lass mich! Jawohl! Los! Nein! Janik, halt ihn auf! Schafft er nicht mehr! Locker schafft er das! Warum spielst du jetzt für die zwei? Er schafft es! Äh, weil ich dich hasse? Kleine Fotze! Nein! Ah! Hör auf, jetzt! Oh! Ah, reingelegt! Ah! Ha, 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 ha! Du Noob! Yes! Du Scheiß Noob! Du Behinderten! Das ist so viel schneller Scheiß! Geschafft! Es ist aber zu scheiße! Wenn du es nicht realist, dann wird es nichts! Es ist echt nervig mit den Trucks! Ach, geschafft! Michael mach hin! Jannik, Alter, du siehst so aus. Ne? Nein. Ha! Zweiter! What the fuck? Wow, fuck! Alter! Au! Was ist dieses Windmühlen? Was ist dieses Windmühlen? Also ich glaube, das wird verdammt witzig mit LKWs. Vor allem, wenn du da durch bist und so. Oh, Junge. Also ich lenn's mal hier, die map pimpt my Traktor, ne? Ja. Oh, Junge. Aber ich wird mehr zerstört, als gepimpt. Was machst du, Jannik? Du willst extra kaputt gemacht werden. Ja, Jannik macht Feintuning. Na gut, Leute, das war ne Runde Crushbox mit Traktoren. Beim nächsten Video werden wir dann mit LKWs hier ein bisschen rumdüsen. Vielen Dank fürs Zusehen, wenn euch das gefallen hat, nicht vergessen. Lass ein Däumchen da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschau. Tschüss.